Hey Leute, ich bin hier mit Zwillingen. Wer will besser kennen diese zwei Zwillingen? Wie heißt du? Mercedes. Ich bin Audi. Und du? BMW. Lilly. Lilly? Lilly. Heißt du wirklich Metazis? Ja, Wallah. Wie alt ist sie? 18. Wann ist sie geboren? Am 6.9. Und wann ist sie geboren? Am 6.9. Ach so, ich habe vergessen. Die haben sie als Zwilling. Was ist deine Lieblingsfarbe? Gelb. Ist das richtig? Ihre? Ach so, ja, ja. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Meine blau. Lilly? Meine. Ach so, ihre. Äh, schwarz. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Ihre Farbe ist gelb. Und sie hat blau gesagt. Ach so, ja. Wer hat mehr Kontakt mit Jungs? Sie. Nein, das stimmt. Sie. Welche Tipps dreht sie? Kurden. Und welcher Tipps dreht sie? Afghaner. Afghaner! Afghaner? Ja. Warum stehst du auf Afghaner? Was hat Afghaner besonders? Mein Ex-Fan ist Afghaner. Was ist dein Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsfarbe? Ähm, Döner. Dein Lieblingsfarbe? Äh, boah, äh, scheiße. Ach, scheiße, 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 scheiße. Ja, Dürum auch. Ist Dürum auch dein Lieblingsfarbe? Ja. Wer bekommt mehr Ärger von Eltern? Ich. Mehr Ärger von Eltern? Sie. Hat sie einen Freund? Nein. Hat sie einen Freund? Nein. Wie heißt deine Ex? Mustafa. Wie heißt deine Ex? Ramesh. Wie heißt deine Ex? Vielen Dank.